Willkommen zu einem neuen Review. Heute schauen wir uns Minigore an und die neuen Charaktere, die man für 1,59 im Hardland Premium Paket bekommt. In Minigore konnte man anfangs nur einen einzigen Charakter spielen, John Gore. Nach und nach wurden neue Charaktere drauf geabtetet, wie ich schon im Blogpost erwähnt habe. Jetzt gibt es aber auch Charaktere, für die man Geld bezahlen muss. Das wären zum Beispiel Gangster, Gore, Zombie-Gore und noch ganz viele andere. Insgesamt gibt es drei Pakete, das Rote, das Blaue und das Grüne. Das Rote und das Blaue kosten jeweils 80 Cent und das Grüne 1,950. Wir schauen uns heute das Grüne Paket an und ich gebe einen kurzen Überblick, was man darin alles findet. Die beiden Hauptfiguren sind wahrscheinlich Opa-Gore und Oma-Gore, die man einzeln spielen kann, wobei Opa-Gore eine Shotgun trägt. Die beiden kann man aber auch zu zweit spielen und zwar nicht im Korb, sondern alleine. Wenn wir das machen, wird Oma-Gore von der AI übernommen. Dann gibt es auch noch den Pinguin-Mob, der aus dem großen Pinguin und vielen kleinen Pinguinen besteht. Man kann maximal sechs Pinguine einsammeln und wird da dementsprechend dann deutlich stärker. Denn ein Pinguin hat zwar nur ein Leben, beschützt euch aber trotzdem vor den kleinen Gegnern und kann schießen. Das klingt jetzt alles ziemlich unfair, ist es aber auch. Denn wenn man zwei Charaktere spielt, ist man nun mal doppelt so gut wie nur einer. Und wenn man stirbt, spielt man so lange Oma-Gore weiter, bis diese dann auch tot ist. Es ist also Highscore-mäßig nicht besonders gerecht. Der Pinguin-Mob ist aber noch ungerechter. Denn die Pinguine schaden sich um ein wie ein Schirpschild und verstärken die Feuerkraft. Wenn ein Pinguin tot ist, weil beispielsweise ein Gegner gegen ihn gelaufen ist, sammeln wir einfach einen neuen auf, die die ganze Zeit überall auf der Karte auftauchen. Maximal kann man zwar nur sechs Pinguine haben, es ist aber trotzdem ziemlich unfair. Das alles ändert aber nichts daran, dass die Charaktere trotzdem recht cool sind. Und für 1,59 ist es vielleicht ein bisschen viel Geld, aber man kann es sich zumindest überlegen. Minigon-Sich ist übrigens so oder so ein richtig gutes Spiel. Und auch wenn man sich keine Zusatzcharaktere kauft, lohnt es sich richtig. Und 80 Cent dafür ist einfach unglaublich wenig, da man sehr viel Spaß damit haben kann. Lass uns los. Das war's auch schon wieder für dieses Review. Also besucht den Blog, klickt Like bei Facebook, abonniert und so weiter. Ist ganz wichtig. Und bis zum nächsten Mal. Stay tuned. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.